Nehm ich jetzt mal an Oh Gott, oh Gott Ah, kariert Aber ich hab 27 Schuss insgesamt Einfach No Scope Headshots machen Passt schon Inzwischen auch mal Scope Headshots machen Easy Ich darf halt nur niemanden verfehlen Okay, ist doch gar nicht so schwer Gar nicht so schwer meine ich, das ist für mich die totale Überforderung Kann ich einfach diesen Panzer hier benutzen? Hm Hm Ne, schau mal nicht, okay Hey, das ist das leise vorgegen, hier nehmen wir die Schautflinte Das ist definitiv Es war direkt Winter und Sonst war Nachtraum? Was geht denn? Sie sollen alleine klarkommen Hm, hm, hm Hm, hm, hm Das Problem ist, es gibt ja auch wieder kein Checkpoint Das heißt, ich muss alles mit einem Durchlauf schaffen Oder ich bin halt Wieder mal Gefickt So und roter sind da so lang Und roter sind da so lang Ist auch keiner so genau Und das war nochmal zwei Äh, drei Ähm Hm Hm Okay Panzer kann ich die nach wie vor nicht benutzen, leider glaube ich, schade Aber ich glaube es geht nicht Aber ich glaube es geht nicht Flammable Machen wir dazu Ich suche Generator Nummer vier Ist der hier? Da war keine Tür Nein 1, 2 Kann ich da noch rein? Nein Wäre ich ein vierter Generator, wo würde ich stehen? Hm Ich speichere gerne, auch wenn es überhaupt nichts bringt Ich glaube richtig speichern bringt hier auch nichts Ähm Dann hast du die doch noch auch Nein, schieß doch Auch jetzt wechselst du die Waffe Äh Oh, ich darf alles wieder machen Wir ewig braucht irgendwas zu tun Mann Ich hatte es fast schon Äh Es lief so gut Ja, sollen sie doch Äh Ach du trollst mich doch Ich will den Scheiß nochmal einmachen alles, äh Ach Entschuldigung Ich will den Scheiß nochmal einmachen alles, äh Soll ein bisschen vorsichtiger vorgehen Oh Das zweite hätte ich nicht mehr werfen müssen Ach man kann mir doch zustechen So, wir drehen Ich komm noch nicht rein Ich komm noch nicht rein So ein Scheiß, ein dummer Gut Bisschen aggressiver vielleicht Und mit mehr Wurfmessern Dann habt ihr das Spiel Gibt mir Schopflinden Das ist doch das wichtigste Was ist hier drin? Nix Ablenkung Gut Darf ich die Zäune Ist das? Sieht aus wie normale Zäune Nicht wie Strom Zäune Also mit Leinen und so Also Stoff Was sind Seile? Kommt drauf an Hanf könnten sie sein Sind das Hanfseile? Ich weiß es nicht Was ist das da überhaupt? Ich weiß es nicht Ich bin beim Panzer rum Das Panzermunition Stecke ich nachher mal in Granaten Radwerfer Ich glaube nicht dass das so funktioniert Aber egal Für die Realität interessiere ich mich nicht Alert Ja Dann sei doch mal alert Er ist geleert Äh was Ein Generator ist noch übrig Kam da vorliegendlich noch einer lang? Oder kommt der jetzt nicht lang Weil ich ihn schon erschossen habe Weiß man nicht so genau Da hat er uns eine Mütze liegen gelassen Die ist dann voller Schnee wenn er sie wieder mitnimmt Das ist nicht so günstig Hm Nee Hier kommt schon bei niemanden mehr Egal ich nehme erstmal noch alles mit Was hier noch so rumliegt Was ging da noch auf? Wie ging da noch auf? Ich weiß noch nicht mehr welches Welche Tür ging da noch auf? Die da So wunderbar Ich hab einfach noch einen übersehen gehabt So Und ich hab dann Ich hab noch einen übersehen gehabt So Schluss jetzt hier mit Alert das dach gelangen gut heißt dach gelangen auch checkpoint entscheiden welche wache ich spreche mal und hoffe dass alles gut wird warum kann man ausgehen dass in einer amerikanischen basis amerikanische panzer umstehen und keine deutschen ja was zum mache ich mal ein bisschen druck das ist eine übung so ist denn die leiter und der strom gibt auch gar keinen sinn ich meine ein tor vielleicht aber doch keine leiter wer setzt denn leiter und den strom stell dir mal vor das funktioniert irgendwie irgendwas nicht richtig und die leiter ist kann immer noch unter strom wenn du schon abgestellt hast dann kriegst du deine eigenen leute gut dass die keine funksprüche oder so absetzen stell dir das mal vor das wäre echt kacke dann würden sie mich sofort enttarnen weil jetzt keiner mir die funksprüche beantwortet ja ich glaube das ist zu laut ich bin mir sehr sicher dass das zu laut ist auch der wird abgeschlossen kann sich gerade karen gucken so erstmal schnell speichern hier und auch mal richtig speichern sicherheitshalber mal wieder kein mensch brauchen wir das beach wobei beach sehr viel einfacher war als das hier das war ihr befehl genau mal das war ihr befehl genau so und Nehmt dem Schlappschwanz seine Zigarren und er redet wie ein Mann an. Kränken. Ich arbeite daran. Soll ich immer noch leise sein? Egal, ich guck mich mal hier oben. Mach mal ein paar Gläser kaputt hier. Vandalismus. Und dann Feuerlöscher. Kann ich nicht kaputt machen, aber wahrscheinlich will ich mich drauf schießen. Vandalismus. Munsegans. Ja, der hat nen Helm auf. Ich hab's zu spät gesehen. Aber auch von hinten kann man Leute mit Helmen nicht erschießen. Hakt's bei dir. Das kann auch schlimme Folgen haben, Leute. In den Zwischießen mit Schotfländen. Sollte man wirklich nicht tun. Ich weiß gar nicht. Gibt's das Spiel immer noch auf Gok? Es gab mal letztens auf Gok umsonst. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Also wer das auch mal haben will. Und wenn's es noch umsonst gibt, war das Gok? Ja, das war Gok. Woll ich nochmal so erwähnt haben. Vielleicht schaut jemand zu, der sich denkt, hey. Prinzipiell würde ich auch gerne mal spielen. Gefährliches Eck hier so. Mit all den exklusiven Fässern und so. Und so. Wollts nochmal erwähnt haben. Ich glaub das ist eher was für die Leute im Stream. Und weniger für die Leute, die das jetzt nachträgt. Die Videos schauen, weil die sind wahrscheinlich viel zu spät. Und im Stream ist auch nur AMX. Von daher ist das für niemanden. AMX kauft sich keine Spiele. Der hat nur zwei. Kann sich auch nicht mehr leisten. Weil er hat alle DLCs für die Sims gekauft. Und jetzt ist er halt pleite. Kann man nix machen, ne? Willst du mal sterben, wenn ich dich auf die schieße? Original für SNES. Äh. Das sollst du machen. Minia Gaiden, Original für SNES. Das hier gibt's nicht, Original für SNES. Du oder das? Unser Milfino. Ich habe lange nicht alle. Ich habe lange nicht alle. Ich habe lange nicht alle. Ja, muss der Herr da arbeiten, dann kannst du auch alle DLCs leisten. Exit, alle. Achso, das sind Lichter. Ich denke mir schon, hä? Was ist das hier? Lichter sind das. Aber jetzt spielt doch das langweilige, einfache Remake. Das kann ja jeder. Ohne Save-States natürlich das Original für SNES spielen. So. Ein paar SG's. Ich vermute, das heißt Supergranaten. Ich will auch einfach Sprenggranaten. Ich mag Aufzüge immer nicht. Oh. Das Parkglas ist sicher. Oh. Scheiß auf Stealth. Wenn alle tot sind, kann auch keiner mehr dich bemerken. Das ist alles, was ich über Stealth wissen muss. Was zum... Hm. Vielleicht alle nur die Brauchbares drin haben. Aber alle haben doch was Brauchbares drin, oder nicht? Hallo? EA hat sich sehr viel Mühe gegeben, ihren Gewinn zu maximieren. Ja. Ähm. Ach. Checkpoint erreicht. Das lese ich gerne. Kann ich endlich wieder speichern. Aber nicht für mich? Was? Ähm. Aus Teil des Springstuf-Experts hab ich gehört. Ich guck erstmal da weiter. Ich guck nicht da weiter, wie es aussieht. Oh Gott. Das ist Mission Impossible. Jake? Was ist? Sei ruhig. Kannst du doch mal weggehen? Ja. Oh. 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 Ich bin so gut im Granatenschießen. Ich bin so gut im Granatenschießen. So erstmal ein bisschen hier Zeug rein und dann wegschmeißen. Ne? Oder tipp hin. Ist er jetzt tot? Oh. Er hat sich entschieden doch noch zu sterben. Okay. Kann ich mitleben. Das kann ich akzeptieren. Das kann ich doch durchaus akzeptieren. Ja. Natürlich war die Leiter zu hoch. Die ist mindestens fünf Meter. Zehn. Dödödödöd. Äh. Pistole. Ich habe es aber irgendwann kaputt machte eben. Achso. Das Glas. Das heißt Glas davor. Zag das doch. Kann ich mich ganz schnell hinsetzen? Nein Ich habe mir vor, wir hätten sie da jetzt hinsetzen können Und dann Hätten die einen nicht gesehen Das war jetzt verrückter Gedanke Aber Wäre schon sehr sehr cool gewesen So Was seid ihr denn meine Freunde? Ich weiß doch, dass ihr irgendwo jetzt da Kommt nochmal Hier Er kommt nicht hier Ich habe richtige Handgranaten So, habe ich irgendwas gekillt? Du warst schon vorher tot